Die Krähen Die windigen Vögel schicken dich taumelnd durchs Gebüsch. Doch was, wenn das Wesen einen Sturm entfachen oder die Luft einfach nur leicht käuseln lassen könnte? Ja, so könntet ihr einen Weg bahnen, doch stürmischer Wind braucht Sturmwolken. Ja, jetzt blase, wehe und säusele. Ja, so könnt ihr die Luft machen. Grrr, grrr, grrr... Didn't you say a little bit? Hahaha, so gross! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020